Da vorne Leute Fressender Hamster Boom Entschuldigung Einfach fressender Hamster Ja, hi, hi Du bist jetzt ein Internetstar Ein Arsch Was? Voll die süße Nase hat der, ne? Du bist läuft, du bist jetzt ungefähr Goldhamster Oder Albino Wegen seinen roten Äuglein Er ist sehr Kamerageil Ja Das ist unser Lloyd Er hat gesagt Vor meinem Bruder Und er will uns immer beißen Und wir wissen nicht warum Und eine Leiter braucht er eigentlich nicht Weil wie man sieht Klettert er so hoch Seine Leiter hat er immer runtergeschmissen Deswegen machen wir sie nicht mehr rein Und ihr wollt bestimmt noch einen badenden Hamster zum Schluss sehen Oder nicht zum Schluss Was? 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 Ich komm jetzt hoch? Boah Wir schätzen mal Wir schätzen mal Dass Lloyd Der Bruder von meinem ehemaligen Hamster Timmy ist Dazu kommt aber noch ein Video Was? 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 Meine Mutter und ich schätzen Dass Lloyd hyperaktiv ist Ja du Was? Ihr werdet sehen Es könnte noch ein bisschen dauern Bis er schlafen geht Was wollt ihr von mir? Kamera geil bist du Er versucht zu beißen Nein Wie ihr seht Nehmt ihr alles Wo soll ich hin? Da Jetzt bringt das in sein Futterlager Wo er auch schon so ein Warlins hat Und ein Stück Pizza Keine Angst Hamsterpizza Leute Zeigst du jetzt noch Tschüss? Tschüss Hm 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 Hm